ARD Text im Auftrag von Funk Wir kommen zurück zu Minecraft Server Show. Wir machen da weiter wo wir aufgehört haben. Du hast ja zwei Parts einfach an einem Tag aufgenommen. Wer wir so bock hat, ne? Wie können wir dann ne Playlist machen und dann einfach jeden Tag irgendwie was eröffnen. Je nachdem was wir wollen. Ich hab immer irgendwas auf Lager. Ja, manchmal. Wenn nicht, dann mach ich halt nichts. Nein, ich hab jetzt nicht. Ich hasse wohl die Spinnen, weil die immer einen so anspringen. Ja. Oder? Also ich muss es gelättig machen. Okay, zeig zu den ersten Brustbein. Uh, yeah. Uh, yeah. Uh, yeah. Plus fällst du mir jetzt da an. Okay, wenn wir acht haben, sagst du mir Bescheid. Also zwei noch. Dann kommen wir die zweite Brustbein. Uh, yeah. Ich hab zwei Pfeilhöhren. Cool. Cool. Okay, ich hab's acht. Für dich gibt's jetzt... Ah, du bist einfach mal Level 16. Ich level 8. Hier. Uh. Ich wollte gerade mal rottetes Fleisch essen. Ist das gefährlich eigentlich? Gut, ich guck. Wir warten jetzt erstmal, bis es zu Ende gegangen ist. Also bis alles Eisen dort ist. Fertig. Und dann... Soll ich mein Gold auch noch schmecken? Danach. Meins auch. Gut, da ist uns die Serveraufnahme irgendwie abgespielt. Oder auch nicht. Und wir gucken dann einfach, wieviel wir haben und bauen uns dann, wenn wir genug haben, mal Helme. Oder halt, wenn wir richtig viel haben, dann noch Hosen. Warte. Überlass mir dann eine Scrub. Und ich guck mal kurz. Okay. Eins, zwei, drei, fünf. Sieben braucht man für eine Hose. Jetzt hätte ich sieben. Okay. Nee, geht nicht. Dann baue ich... Warte, wieviel braucht man für einen Helm? Warum? Du kannst ja auch selten. Fünf. Ja gut, dann machen wir uns Helme. Gut. Dele. Dele. Delelele. Delelelelele. Aber wenn du nur halt ne Hose hast. Sind es nicht schlimm, ich bin selten. Dann bin ich eine Gefahr wie du. Ich guck sie auf, bisschen auf die Hälse. Von welchen Stellen. 팀-Team. Du wart deinen Creeper trotzdem. Auch noch! Ja der Günther. Der zweite Günther. Wir hatten ja schonmal einen Creeper. Können guten den Rauchen. der nicht Glüter hieß. Und jetzt haben wir noch einen Glüter. Wie heißt die Spinne? Ist das schon auf den richtigen Namen geeignet? Ähm, ne. Ist egal, hier ist dein M. Ah, das sieht cool aus. Wir haben zwei Eisen noch, damit baue ich mir ein Schwert, ja? Mach das. So, ich habe ein Steinschwert. Ja, wenn nicht, kann ich sie auch noch eins bauen. Naja, im Schluss ein Fall, wenn meins... Gut, dann würde ich sagen, ist es schon nächster Tag, ich weiß es nicht. Warte, ich hau was Gold rein. Fast. Die Sonne geht gerade auf und da kommt ein Flieger. Und die Leute haben einen Zombie. Hallo, kommen wir her. Da ist ein Zombie. Okay. Ich kann euch ein Zombie jetzt machen. Wasser kann. Wasser kann. Da oben brennt das Skelett ab. Da oben steht alles noch im Schutz. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt aus der Höhle raus. Auf der anderen Seite. Soll ich die Zubauer noch raus? Ja, mach. Warte, ich mach. Okay, egal. Du machst das schon. Naja. Sollen wir hier lassen unsere Sachen? Also wir können hier auch noch, ich würde das Gold drauf nehmen. Ja, ich nehme das Gold raus. Und das Eisen. Ja, wir lassen die einfach hier stehen, falls wir vielleicht irgendwann mal nach Schutz suchen. Ja. Und wo war der Ausgang? Hier. Und da ist ein Küker. Oh. Oh. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Die Minecraft Show. Wir haben gerade Kürbisse. So. Perfekt. Wir haben jetzt insgesamt fünf Stück. Ich habe ein bisschen Schlügel. Also du hast zwei. Wie viele hast du? Einen. Ja, da haben wir einen. Einen und dreimal fahren. Oh, cool. Da kann man uns einen Bogen krassen. Perfekt. Ich habe zwei Sprügel gelesen. Gleich mal ein paar Sachen mitnehmen. Wir rennen hier immer noch eine lange Zeit durch. So einen langen Schnitter. Oh mein Gott. Wieder Kürbisse. Alter. Kommt jetzt hier wieder runter. Nicht mal mehr selten. Wie ist denn hier? TP. Wieder Tee und dann dieses einen Teil machen. Dieser eine Zeige hier hoch. Okay, jetzt hast du es ja. Ich habe dir für alle durchgelegt. Da hinten ist es. Oh, jetzt wird es dunkel. Oh no. Übrigens, wenn ihr sagt, ja das ist doch Cheating mit dem TP. Ja gut. Aber wir machen das ja nur dadurch, dass er mir folgen kann. Ja, dann machen wir das. Oh. Oh. Achso, ich habe gerade gedacht, da wäre ein Fels. Und da ist eine riesige Landschaft. Eine riesige Wiese. Hier sind Schafe. Komm, wir töten die jetzt einmal. Kacki auf. Kacki auf. Kacki auf. Kacki auf. Meins Schafe ist da noch da hinten runter. Schade, wir haben nicht drei. Wir haben nicht genug unten. Ich höre noch mehr. Das ist jetzt kacki auf. Das ist jetzt kacki als die ganzen mit Zombies. Und wir sind mitten im Irrenbuch. Ich lösche die P. Das sehe ich doch nicht. Ich sehe dich. Da hinten sind Schafe. Schnell, komm hier. Nein, komm einfach mit. Hier entlang. Mist. Ich habe vergessen. Was machst du drauf? Oh. Scheiße, hier sind richtig viele. Scheiße, jetzt kommt ein Creeper. Drei Stück und ein Zombie. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, komm schnell rein. Hinter... Scheiße. Der hat den Zombie, glaube ich, abgemockst. Nee. Halt den Rücken. Halt frei, halt frei, halt frei. Ich versuche, das anzubekommen. Haps. Wir müssen hochschwimmen. Hinter dir. Hinter mir. Oh, ich will fallen. Halt mal den... Halt den ein... Halt den Hissen! Ey, kannst du mir mal helfen kommen? Da bin ich so leicht keine Scheiße. Ja, ich muss gerade Schafe killen, damit wir genug Bolle kriegen für ein Bett. Für zwei Betten. Ich bin auch, ich bin auch, ich bin auch, ich bin auch. Scheiße, hinter mir sonst. Ganz schön viele Zombies. Okay, halte mir alles frei von den Seiten. Ich muss hier schnell craften. Die Linien verwischt. Die können überall kommen. Versuch einfach so zu machen, dass wir halt genug schaffen, als wären wir bestraft dafür, dass wir gejattet haben. Scheiße. Was? Wir haben nicht einfarbige Wolle. Wir brauchen einfarbige Wolle nochmal. Zweimal weiße. Scheiße. Hier ist nur ein schwarzes Schaf. Wir brauchen ein weißes... Ich sehe ein weißes, glaube ich. Nein. Das ist kein weißes Schaf. Scheiße. Scheiße. Verdammt. Kein weißes Schaf von den Seiten. Oh Gott. Ich habe nur noch richtig wenig nehmen. Ich habe nur noch richtig wenig nehmen. Ich habe nur noch richtig wenig nehmen. Wir brauchen irgendwo einen Schaf. Irgendwo. Oder ich weiß wie. Das ist es. Einer lockt sich aus, einer schläft. Perfekt. Lock dich wieder ein. Gut. Wir haben es geschafft. Das war jetzt schwer. Die Abenteuer von uns. Alter. Das macht diese Wolle so gerne. Nee, ich auch nicht. Gut. Äh, du nehmen wir die gleich auf heute oder? Nee, lass mir die gehen. Kannst du hier nochmal vorbeikommen, was? Okay, ähm, wollen wir jetzt in die Höhle da gehen, die wir gestern entdeckt hatten? Also in dem letzten Minecraft-Tag. Holen wir? Wenn die dahin... Gut, dann gehen wir dahin. Warte mal. Ich war ein Creeper. Irgendwann der Creeper. Ja, sonst haben die... Nein, aber geh nicht da zu dem Creeper. Brauchen wir die Schaf. Ja, brauchen wir aber im Moment nicht. Ja, brauchen wir aber im Moment nicht. Warte mal, was ist das noch da? Ich will doch mal deine Uhr klappen. So ist es leicht. Das ist eh nichts. Hä? Das ist eh nicht für ein Mini-Zummy. Hab ihn. Ich geh jetzt runter. Aber dafür müssen wir erstmal hier oben das zu machen. Und ich baue uns was, dass wir so runterkommen. Und halt nicht sterben. So, die sind an. Und da sind die... Da sind eh Pisch wie die Zahne. Ich mach das. Hab's. Wir müssen eine Fackel platzieren. Gut. Hier ist ganz rot. Wirklich? Das ist die Erde. Ja. Ich mach mal hier schnell das ganze Eisen weg. Ja. Ich mach das Eisen weg. Mann, ist es hier wieder viel Eisen. Äh, was... Was bringen Spinnen, Auge? Tränke. Ich hab das... Ne... 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 Eisen. Wir haben wieder 15... Wir haben einfach noch 15 Eisen. Wieder. Okay. Ist nichts mehr. Gut. Gehen wir raus. Aber toll. Wir haben Eisen bekommen. Äh... Tür ist nicht. Alter, wie die ganz anderen aus irgendeinem Tür hat so viele Kräuter. Ich hab eine Pünfte. Ich weiß nicht. Deswegen der Texture Package irgendwie schief. Und meins war auch... Oh! Dahinten ist noch ein Schaf. Wenn wir das töten, haben wir zwei neue Betten. Äh... Grau ist Schaf. Nein. Da oben war eins. Da ist das Weiße. Und die Pünfte auf die Zuhälte ist Grau. Dahinter. Und dahinten ist wieder ein weiße Schaf nochmal. Hier sind mehrere weiße Schafen. Es tut mir leid, dich zu töten zu müssen, aber... Was ist für einen guten Zweck. Stimmt. Du weißt, was soll ich... Ich hab hell... Ich hab überhaupt nichts bekommen. Hast du was bekommen? Ja, ja. Ich hab... Oh, da ist wieder mal Eisen. Oh, da war schnell. Ich hab... Ich hab zwei weiße Wolle. Oh, gut. Oh, Schafen. Alter. Hier sind übelst viele Schafe. Guck mal hier her. Hier wöbelst du von Schafen. So wie in der Höhle von Zombisch. Ja, brauchst du aber nicht. Guck mal... Da muss ich dich noch ein bisschen... Ich baue gerade Eisen ab. Und unter mir schon. Na klar. Na klar. Weißt du, ich komm mal weg zu. Aber gut, gehen wir weiter. Ich will genau unter der Höhle vorbeigeladen. Oh, voll viele schöne Schafe. Ja, da war ich jetzt. Und dann ist das Hühnchen. Ja, ich wollte auch schnell abschneiden. Und man kann ein Hühnchen, aber das ist das Baby, das die Türken nennen. Die bringen kleine Hühnchen. Die bringen was, aber ich würde die jetzt nicht abhauen, weil ich bin... Oh, da oben ist ein Schneebiom. Ein Schneebiom. Das sieht man sehr selten. Wir reisen hier einfach mal durch die Welpen überall. Und ich wünsche schon wieder eine Hülle. Da ist eine Fackel drin. Nein. Ach so, setz eine... Ich hab verstanden. Da ist eine Fackel drin. Ich würde mal über die Setzentüte rein. Warte. So. Mann, ist sie groß. War da schon ausgang. Wollen wir jetzt hier gearbeitet? Ja, du hast... Ehm, hier geht's noch runter. Ich weiß, aber da hinten geht's ja auch lang. Hier geht's noch weiter. Wo bist du? Warte. Hier ist nichts mehr. Egal. Hier ist Eisen. Das ist wichtig. Raus ist Eisen wieder. Wir haben schon 33 Eisen wieder. Wo bist du? Unglaublich. Warte. Jetzt können wir weitergehen. Wollen wir runter oder hoch? Ich geh erstmal hoch. Okay, jetzt geht's ab. Wir gehen runter. Wir gehen runter. Hier ist Eisen, ne? Ja. Soll ich abholen? Hier ist nichts mehr. Soll ich abholen? Und hier runter? Ich geh nicht runter. Oder aufs Stock. Oder aufs Stock. Ja, gehen wir oben lang. Also erstmal oben lang und dann unten. Erst den oberen Weg, weil der kürzer ist und nicht zu viel. Hast du auch Föcker? Ja, ich hab noch 13. Warum? Nee, dann hätte ich noch 23 Föcker. Wir haben jetzt einfach mal 14 Eisen. 40 Eisen. Wollen wir uns ne... Wollen wir uns ne... 40 Eisen. 40 Eisen. Wollen wir uns ne... Eisenrüstung craften? Kann man machen. Ja. Komplett. Yeah. Full Iron. Wir haben keine Kohle mehr. Hast du noch Kohle? Ja, 6 Stück. Ach nee, ich hab Kohle noch. Ich hab 6 Stück Kohle. Ich hab 26. Warte, ich schmeiß aber die Kohle rüber. Bitte. Irgendwann ist doch grad kaputt gegangen. Nee. Ich hab dich kaputt gegangen. Tja, wir haben Kohle gefunden. Oh, wir haben Kohle gefunden. Ja, ich weiß. Und hier ist das Ende der Schlucht. Und da ist wieder Kohle. Und es geht noch weiter. Boah. Bisschen Kohle ab, oder? Ja. Da hinten ist Skelette und so. Deswegen baue ich erstmal die Kohle ab. Und wir bauen uns erstmal ne komplette Ironbust. Soll ich da oben zubauen hier? Ja. Ich baue hier mal zu, falls das Nachbirt. Das wir dann halt, ähm, dass wir immer noch nen Ausgang haben. Aber dass halt die Munze nicht reinkommen können. Bis die 20 kommen. Oh, schon 6. 7. Okay, dann baue ich mal schnell mit den 7 Eisen normal schnell eine Hose. Ich hab jetzt auch noch mit der Kohle drin. Wir können ja doch schon mal weiter gehen. Aber wüsst du, du brauchst uns nicht eine Kohle rein? Nee. Mach die Kohle da rein. What? Ja. Ach, hier ist doch nichts. Hier ist nur noch ne Höhle. Einfach mal schön zugebaut. Ich hab meine Schlitzer-Könne drüber. Und da kommt noch mein Skeletz. Hab's auch tot gemacht. Und hier geht's weiter, die Höhle. Und geht noch tiefer. Und ich... Und noch weiter... Oh mein Gott! Eisen. Wir könnten jetzt Kohle abbauen und dann uns ne Focke machen. Halt mir ruhig, weil ich bohle Eisen mache. Ich baue Kohle gerade ab. Ups. Ist egal. Die sind einfach schlecht koordiniert. Wo war ich? Oh, Skelett. Hier um die Ecke ist doch nicht Skelett. Soll ich einfach halten? Wir werden wahrscheinlich eben hart schön so aufteilen. Das ist so. Oh, was ist denn da? Hier. Komm. Wir gehen hoch. Habe ich auch einen Pfeil? Ja. Wir gehen hoch. Vor allem hier ist einfach mal so ne kleine Mini-Höhle. Dann noch so ne Mini-Höhle und dann geht man weiter weiter weiter. Und dann ist da so ne riesen unterirdisches System. Stollen. Ich mag Stollen schonmal. Weil es sind super Gänge und so. Ich mach glaube ich hier einen Gang durch. Erstens können wir Sachen tun, um Pfeile zu machen. Und zweitens ist es besser. So können wir nämlich gleich einmal durchgehen. Ohne dass wir dann wieder Obersprung nicht. Hast du auch schon mal einen Stollen hier drin? Ne. Okay. So, wir bauen... Oh, wir haben schon 10. Okay, ich mach dir auch mal Roselle. Hier. Und als letztes bauen wir uns noch Füße. Ich... äh... Füße. Ja, dann mach daraus dann so zwei... Zwei... Zwei eine Seite, zwei die andere Seite. Also so, dass du halt... Diese zwei Füße. Zwei hier, ja. Und zwei... Nein, nicht nach oben, nach unten. Nach unten. Und zwei auf der anderen Seite. Na gut. Gut, dann sind wir jetzt full Iron. Cool, oder? Ja. So. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen... Also ich brate aber erst mal nochmal zwei Hühnchen. Vor allen Dingen, was einfach passiert, wenn wir hier ein... Wir sind nur einmal rüber geschwommen, haben eine Höhle erkundet und sind dann einfach weitergelaufen und haben dann einfach eine Höhle gefunden, um nochmal zu machen. Das ist richtig kräftig. Ich hab noch ein bisschen Fleisch, was ich noch brauche. Und ich bräuchte mal ein neues Schwert. Ja, ich mach da mal schnell drin noch... Dimm, 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 dimm. Wir können uns jetzt Schwert... ähm... Willst du einen alten Schwert haben? Ah ja, also ist gut. Ich mach mal einen alten Schwert. Also ist gut. Ich hab fast nichts mehr. Okay, ich schmeiß das raus und das so. Ich hab noch mal richtig Platz. Ach, danke für den Stein. Ich hab erst gar nichts mehr. Hier. Obwohl, ein Eisenschwert. Nimmst du? Oh mein Gott, hier mal hin. Ah, schluss. Ich baue eine Truhe hier hin, einfach mal. Weil wir ja eh noch länger in dieser Höhle sind. Ja, jetzt hab ich eine Doppeltruhe gemacht. Egal. Ich hab aber nur einen Spinn in den Augen. Und drei Kürbisse. Drei Birkensetzlinge, Weizen zum Körner. Verrottet das Fleisch. Schwingstück. Kann ich rausschmeißen, oder? Verrottet das Fleisch. Ja. Oder in die Truhe packen. Ich hab da jetzt einfach alles mögliche reingepackt, was ich so in meinem Inventar hatte. Was ich halt noch später... Das holen wir natürlich später zurück. Was wir davon noch brauchen. Aber erstmal lassen wir es dann. Komm, wir gehen rein. Abraut das Fleisch, schmeiß mal den draus. Ja. Echt hier schon mal runter in die Höhle. In das Kolidensystem. Das was wir gemacht haben. Das Kolidensystem. Was hier unten ist. Das ist aber richtig groß. Was? Nein. Spinne, spinne, spinne. Und ich hab einen. Oh Gott. Super. Aber irgendwie mal ist die Spiegel tot. Aber ich gehört. Oh mein Gott geht es noch lange weiter. Ey renn mal nicht so schnell. Oh, hier ist ganz am Ende Eisen. Richtig cool. Ganz am Ende. Einfach. Eigentlich muss ich nur den Fackeln brauchen, oder? Ja. Und Fackeln abgebaut. Hallo. Und alles Eisen abgebaut. Guck mal. So. Genau. Rüber. Um dort alles abzubauen. Ich glaube jetzt platziert. Und hier geht es runter. Gut, dass wir erstmal den anderen abgeben haben. Okay. Ich muss erstmal gucken, wie ich runterkomme. Also hier rüber. Dann geht es hier runter. Geh nach vorne. Äh. Du hast mir aber gerade die Gesicht gestohlen. So. Dann gehen wir hier lang. Hier. Ich bin gerade egal. Hier. 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 So. Fertig. Aber dafür haben wir hier eine größere Chance auf Diamanten. Ja. Oh mein Gott. Das ist hier viel. Dauernd das ist krüter. In welche Richtung gehen wir? Gehen wir erstmal hoch. Okay. Ab und zu haben wir von hinten. Mach mal. Mach mal. Mach mal. Ja. Ich mach so lange hier mal. Okay. Okay. Genau. Oh Mann. Hier teilt sich der Gang schon wieder. Das ist so richtig groß. Hier haben wir Gold. Und dann füllt es hier zusammen. Und hier ist sogar eine riesige Schlucht. Eine Schlucht. Wie groß ist denn hier das System? Das ist enorm. Ja ich weiß. Wir sollten einfach alles mögliche abbauen. Und wieder zu unserem. Wir sollten das Lager weiter nach vorne verschieben. Was wir da haben. Stimmt's? Ja. Das ist sonst doof. Das ist sonst zu weit hinten. Ach du. Das ist einfach riesig. Wir können hier so viel formen. Das ist erstmal eine Schlucht. Was ist hier dann? Wir müssen uns eine Fackel machen. Okay. Hier führt es auch. Ich habe auch 28 Fackeln. Zu dem. Äh zu dem. Warte. Sag mir Bescheid, dass der Creeper ist. Warte. Ich mach mal schnell. So hab ich. Warte, 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 warte. Ich platzi mal die Brüche hier. Und äh grad mal kurz hier runter. So. Der Übrigens soll unter den Creeper, glaub ich, ein Feuer leg. Also block unter dem Anzug. Dann verbrennt der nur. Oh ich bin hier wieder zur Schlucht gekommen. Okay. Oh ja. Die sind ja. Zur Schlucht hab ich auch schon mal. Oh ja. Ja, in dieser Schlucht können bessere Diamanten sein. Das ist auf jeden Fall gut. Das ist auf jeden Fall gut. Da unten ist Redstone, glaub ich. Oh mein Gott. Hier gibt's ja richtig. Da hinten ist Gold. Gold. Eisen. Eiseneisen. Ich bin auch hier zu der Schlucht wieder zurückgefunden. Wo bist du? Die Schlucht ist so gigantisch. Komm, wir müssen jetzt erstmal schnell hier das Eisen abbauen und dann schnell zu unserer Tour. Und ähm. Mal schnell die verlegen. Ich bin mir nicht sicher. Die nehmen wir. Müssen wir mitnehmen. Ja, natürlich. Ich bin mir nicht sicher, ob wir von da unten wieder hochkommen. Nee, wir bauen hoch. Komm, wir müssen hier lang. Wir haben so viel gemacht. Mach auch nach. Im. Wood. Die Karten deck.